guck mal ich bin im fernsehen hast du auch ist aber nett warte juli warte sind nicht so wie es aussieht ok ein step von dem fast weg war fast oder ich so noch ein pass das ist eine golden diegel sie gehört jetzt hier bei den musik das war so geil ich hab die ganze zeit die tür zugemacht ich meine und dann habe ich genau das timing erwischt als du weggerannt bist ich habe mich gerade von meinem eigenen feuer zu aber ich ja julie zerstört hier unten besser wartet kann man das faszinator ich weiß nicht ob das kaufen kann ich bin eine base kannst du mir helfen wobei ich habe gerade gefunden wo ist hier was ist der bibliothek ja was ist er gestorben das habe ich warum geht der aufzug nicht warum ich übrigens mal haben die ganze ist das melden mein ich sehe und fühlt sich wenn man durch die regale geht wie in der 5 arena bei diesen ww ww oder ihn war gestorben ich habe ja sterben gehört ich will da eigentlich nicht dran gehen ich habe angst dass du bei dir ist ja weil er ist doch vor seinen augen gestorben oder nicht ich glaube er wurde ich glaube ich bin ich dann rückt oh warte ihr beide war ihr beide seiten doch ich habe eines aber ich habe mich gekillt also pass auf die melonenlinie genommen ich weiß dass ich gerade stelle nachricht beantworte und dann werde ich abgeknallt also ich habe eine millionen an die wand platziert dann habe ich den teleporter genommen und habe ich habe halt teleport gedrückt und radio war dann wurde bei der zufällige draußen das sind wir hart und wenn ich ehrlich habe ich habe auch gerne muss ich ehrlich gesagt ich habe doch nie gemacht lustig julie an der stelle war sowieso konfirmt du oder ich sind es also wenn einer von uns beiden sagt der andere ist es hat das relativ wenig value wir müssen aufeinander schießen ich hatte noch dass meine waffe voll war und hat noch keinen schuss gegen die ganzen bananen also meine waffe war auch voll und ich habe trotzdem getötet wir machen den bananenbrunnen der boden geworden sind die schmutzig ali könntest du dich die umbenennt damit ich bin ich zweimal geil war auf dem server haben das wäre auch gut gesagt wo ist man der bananen hat gesagt ich bin ich habe die neue verbringung alter zwei bananen raus 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 was machst du in der kirche irgendwas kochen eine bananen meine bananen aus ja ich bin nur die banane genommen die bananen also werfen ich habe magnetosteek ich glaube die bananen zu klauen ich glaube nicht in meinen aus warum glitzen daraus ok dann werde mich die dann die ecke ist meine bananen ich muss hochgeschlagen ich weiß nicht mehr wie was na gut nach selber sind ich den habe ich gerade im skograd das war hardy das war hardy das ist ok es ist übrigens hardy und ich habe die gewandelt hast du marcel dass du ihn jetzt endgültig gekillt oder war das stück das radio serie warum hatte ich das katana nicht getötet das war wirklich wirklich ich habe alle kids mit dem katana gemacht ich war super lustig hat das schön dass ich direkt selbst namen gerufen habe und von euch einfach so ich wusste nicht dass du tot bist ja ich hatte was hält und dann kam ich über die runde beckte ich war der duschen hat mich abgeknallt dort ja das war ich und ich habe ja das war ich aus gesehen sorry ich habe es gesehen dass der reinkommen ich wollte ja einfach nur weg haben also hängen wir ihn auf heute du bist jetzt das schmutzstück des präsidents die waren schon entpackt wir waren doch mit uns treten ich bin nicht so richtig ich glaube du musst das aus dem ordner raus wieso bin ich da ich glaube die anderen musst du noch raus machen hey julie bist du ein paar ausprobiert das war ich voll ansonsten stand die ganze was liebst du los was habe ich mit irgendwas zu tun radio der gewann mit uns in dem raum habe ich schon aber die bieger date war richtig schön ich dachte legitim die grenet wäre von freeze gewesen ich wusste nicht ich dachte auch ich wäre jetzt beleidigt weil ich ihn geschlagen habe und wollte uns alle dafür umbringen ich glaube ich bin von der treppe da mit dem sprint also von dieser brücke da glaube ich irgendwie was musste ich kommt radio ich mache ich nur boost jawohl boost aber jetzt haben wir die kiste das ist ein bisschen schwierig oder wenn einfach zwei kisten dann passt das ja doch warte mal ich meine kiste von da china wir müssen noch mal die kiste ist richtig ich kann einfach spüren dass wir eine kiste drin stehe ja radio dann gebe die kiste hoch er ist das nein ich will das mal selber da hoch und dann kriegst du die kiste auch keine sorge aber auch aber der schlechte umgeben muss die kiste ist man das nicht stark okay ich habe ich habe währenddessen durch den scope beobachtet serger definitiv gerade aber das muss ja wirklich zur seite oder aber übernimmt du die kiste ich wollte zeigen was ich nehme einfach selber die kiste richtig ja ich habe seinen kopf so jetzt jawohl wir sind auf dem dach die kiste kaputt gemacht die kiste kaputt gemacht ja komm mal mit ich wollte ja mal zeigen wie ich hier hoch gekommen bin ich gucke einfach von oben das war sehr lustig weil kummer ich war hier unten ja ich habe so gedacht ich mache hier einfach den radium fühlt sich an unten zu stehen sehr 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 beschissen dann TANZ! TANZ! Wo ist halt hier? TANZ! Freeze, TANZ! Oh jeez, oh oh jeez, 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 jeez! GARDIN! GARDIN! WHERE ARE YOU HIDING? Spectator Deathmatch Im Chat Ausrufezeichen DM Oh jeez, oh jeez, oh jeez No, oh nice Ich wusste nicht, dass man da als Traitor hochkommen konnte überhaupt Du hast also nicht gesehen, wie hoch ich bin Nein, ich hab mir halt einfach Second Chance gekauft Ja, das wusste ich dann nicht Ich wusste nicht, dass man da ein paar Sekunden vorher da oben und ich dachte, das ist der eine Spot wo ich nicht hin aimen muss Da fliegt ein Superscharf, glaube ich Nein, das ist mein Observer Sheep Ach so Ja, und ich, äh Mach gar nichts Achtung, ihr dürft nicht in das Schaf einlaufen sonst bekommt ihr Schaden Oh Hallo Schief Oh, da fliegt irgendjemand anderes Ja, das, nee, das bitte ich Ich bin das Schaf bei euch hier oben Ich brach auch Das schiegt das Schaf? Das macht dann oben Ich seh grad erst, wo die sind Oh, ich weiß die ganze Zeit Irgendwer hat mich abgeschossen Ich schieße das Schaf ab Bring Zergel um Nein Er ist vogelfrei Puls Zergel Um, glaub ich mit dem Niemand bringt mein Schaf um Ey Der scheiß Äh Eule Äh Der ist grad was runtergef- Oh Oh Ich wär glaub ich gar nicht mal die Jackson Ach nein MJ War Freeze Traitor? Nein Bis dann Und Eule auch nicht scheiße Oh Da fliegt ein Schaf Da ist jetzt natürlich blöd Ja Ich weiß wer die Bösen sind Radio und es sieht nicht gut für dich aus Man Ach freeze war doch Traitor Ja man, wir sind einfach Traitor Wird einfach random killed Er wurde das nicht angezeigt? Was? Ich hab wohl nichts angezeigt Das hat Traitor Ja, okay Und ich hab da nicht angeschossen Weil ich dachte Das hänge war ja auch vogelfrei Ja Aber auch zurecht Ja Ich spiel jetzt die SVT Ich bin immer schade, dass wir die nicht nachladen können Alts, hat die Jump Gun Die Nagev ist vor allem bastelt Alter, ist das dumm Äh, welche, schaust du? Jump Gun Ah ja, die ist auch sehr wild Wuuu Ah, man kommt aber nicht wirklich damit hoch Ich weiß Ach schade Aber sie ist lustig Wuuu Oh warte, ich kann mich doch bestimmt damit hochschießen Oder? Warte mal Ey Hey Wie schießt du auf mich? Ey Heule, warum? Wieso schießt du? Weil du auf den Dettel geschossen hast? Ich hab auf niemanden geschossen Ich hab dich einmal abgedrückt Sergei, wurde auf dich geschossen Keine Ahnung, ich hab Schüsse in meiner Nähe gesehen Auf jeden Fall Das sah so aus Auf jeden Fall Das hab ich auf jeden Fall gesehen Da muss ich mir recht haben Ich hab Schüsse geschossen Aha Ich komm aufs Dach, ihr Loser Wuuu 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 Meine Kittel kaputt Kann man mit den Autobahnen interagieren? Ey Ich glaub leider nicht Ja wenn du Traitor bist Oh Der Detekt der Fahrten Riot Shields Mhm Jetzt kommt bei mir nicht vorbei Das was du zuerst nie kaufen kannst Ich hab gesagt niemand darf da hoch Was soll der fass? Ja Keine richtig Speed Gain damit Huch Der war nur falsch benutzt die ganze Zeit Also fliegt du gehst jetzt freiwillig runter oder? Äh Wo bist du? Ich bin auf dem Weg nach oben Du musst jetzt runter Aber du kommst nicht hoch Bist du dir sicher? Hey ich hab an gesagt Ich hab an gesagt Ich hab an gesagt Und es war nicht freeze Ich hab bestimmt Galva Es war 100% Galva Ich called Also friege jetzt runter oder? Wenn du mit mir sprichst Es ist echt Galva Ich wusste es Egal was hinten bei dem Traitor Raum wo man hin kann Ich hab keinen Sniper Oh nice Ja danke Radio dass du absolut gar nichts gemacht hast Ja was soll ich denn machen? Irgendwas Wir haben ein Timelist mit wusste doch herr auf ihn geballert ich habe aber legt schnell nicht auf ihn geschossen so das wäre auch das problem ich war auch 20 spieler soll ich habe ich so mehr irgendeine scheiß gelegenheit um hardy zu kriegen weil es außer ihm erinnert sich keiner dran dass er mir bravo gegeben hat wenn der obduziert wird so dass es passiert nicht so passiert nicht so mal nicht sehr okay wird gefragt ich habe ich nicht aber ich habe eine auge und mich gekillt hat verdient opfern gut weg ist das hat er so verdient oh mein gott was verdient ich habe die conclusion nicht so ganz gebraucht die haben sich halt gebettelt und naja er kam ein sniper schuss durch das glas und hat naja also alles ist eine waffe ja woher gut ich habe nämlich 24 habe ich doch mal von gesagt aber ich bin auch angest neid habe ich leben noch ja deswegen genau das also ich habe keine pistole überhaupt oder sowas textur nicht so inzuhauen und ich bin tot oder gerade aber auch gar nichts mit ich habe ja auch nicht gehört wie konfirmt wurde dass ich mit einer umgehen ich habe selber nach ich dachte es war klar dass alle wissen dass der twitter ist wusste nicht wo hd ist uli sagt sie besser ins wasser na warte das macht mal los ja das wäre optimal ja wir schreiben ja so für 150 wollte ich holen ich bin ja dann aber ich habe es genau gesehen oder jemand von außen also ich habe das sniper aber wenn ich daneben schließe dann hört ihr das nicht ich habe auch ein sniper aber ich bin halt stark ich habe geile war getötet er liegt neben dem schwimmbecken wie kommt man hier raus ich habe nur durch so eine kleine ecke gesehen wie er auf mich eben und habe angst bekommen aber ich es war nicht sicher dass er auf mich eben aber es kann gut gewesen sein und so die juli ist auch dann irgendwer geil war konfirm bitte ich bin immer noch stark ich komme hier nicht weg ich habe ein bisschen angst ronio und segel die ganze zeit mal hier rumlaufen ja aber du hast auf mich geäbt oder die hat natürlich ich versuche legitim 30 sekunden lang jetzt schon irgendwie auf dich zu kriegen aber dadurch dass ich mich die ganze zeit bewegt habe und dann sehe ich dich kurz nach so ok der auf mich weg ich habe auch versucht auf juli zu schießen aber ich habe komplett msaiped er ist um die ecke gegangen aber zum glück hört man die bravo nicht ich habe eine herz anfall erlitten ich habe irgendein item gekauft dass du ja ich habe irgendwie ein feld ja deswegen habe ich auch schon der witz kassiert und zwar julie möchte ich wo bist du ja ich habe radio angefangen ich habe radio angefangen ich habe radio ich droppe euch das und der das item aufhebt muss es benutzen das ist irgendwo noch bei den umkleiden das sehr umgebracht wird aber ich dachte jetzt benutze ich ihn einfach was passiert da wer lebt jetzt alle dass es ist ja ja ich ein ja ich